Er ist streng und er macht ein bisschen Training. Er muss Aufgaben sagen, was für Spieler machen. Und er muss gut denken können. Und er lehrt uns was. Von Handball, wie es alles geht und so. Wie die werfen sollen. Ja, wie die werfen sollen. Oder wie der Torwart halten soll. Oder wo er stehen soll. Und er verteilt auch Urkunden, macht Fotos.